Wenn so viel Zeit vergeht, glaubt man irgendwann nicht mehr dran, dass es so etwas gibt. Zusammen glücklich sein. Und wenn es auch nur für einige Stunden ist. Ich will, dass du glücklich bist, okay? Ich bin glücklich. Vielleicht geht da noch mehr. Und wenn wir alle vier zusammen sind, verstehen wir uns fantastisch. Diese Annullierung von insgesamt 47 Ehen ist ein Schock nicht nur für die betrogenen Paare, sondern auch für den ganzen Pfarrbezirk und die Kurie selbst. Ein gelber Umschlag im Briefkasten und deine Frau ist plötzlich nicht mehr deine Frau. Die Kurie plant einen gemeinsamen Gottesdienst, ein Fest, bei dem ihr noch einmal eure Hochzeit feiert. Du weißt, ich bin gar nicht mehr dein Mann. Willst du uns echt in der Scheiße sitzen lassen? Und? Sag mal, warum müssen wir das machen? Warum müssen wir noch mal heiraten? Doch, ich liebe eine andere Frau. Ich habe Viola betrogen. Ich bin schwanger. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Vielen Dank.